Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 20. Februar. Heute haben wir dabei Microsoft Office, Adobe Photoshop, Huawei, TikTok und Staples. Beginnen tun wir mit Microsoft Office und praktisch einem Nachtrag zur Folge von gestern. Da haben wir darüber berichtet, dass Microsoft eine Office-App für Android rausgebracht hat, die entsprechend Word, Excel und PowerPoint beinhaltet. Also keine einzelnen Apps mehr, sondern eine einzige Office-App, die diese drei Apps integriert hat und noch ein paar andere Funktionen. Und ich habe noch gedacht, ja, wann kommt es denn für das iPhone? Und jetzt ist es passiert, die gleiche App ist jetzt auch für das iPhone verfügbar. Interessanterweise nur für das iPhone, nicht für das iPad. Also, wenn ihr ein iPhone nutzt und Office, dann schaut es euch mal an. Vielleicht ist das ja was für euch. Nächstes Thema, Adobe Photoshop. Die werden jetzt, oder die sind jetzt 30 Jahre alt geworden. Hätte man kaum gedacht, aber Photoshop ist praktisch auch der Standard in Sachen Bildbearbeitung. Und hat es ja sogar, sag ich mal, in den normalen Sprachgebrauch geschafft, indem man einfach sagt, das ist gephotoshoppt. Im Prinzip egal, mit welcher App man was bearbeitet hat. Und Adobe feiert das logischerweise auch. Aber möchte keine Geschenke, sondern verschenkt etwas. Und zwar neue Funktionen für Photoshop fürs iPad. Als die Version rauskam, haben ja viele gemeckert, denn die konnte nicht so viel, wie man eigentlich erwartet hatte. Und natürlich kann die nicht alles, was die Desktop-Version kann. Aber sie konnte einfach zu wenig. Und nacheinander hat Adobe dann nachgebessert. Und jetzt die neueste Funktion, die ergänzt wurde, ist das Objektauswahlwerkzeug fürs iPad. Und das kann dank künstlicher Intelligenz viel schlauer, wenn man etwas großräumig markiert, das Objekt dementsprechend ausschneiden. Wenn ihr ein iPad habt und Adobe Photoshop nutzt, dann guckt euch mal das Update an. Vielleicht ist das ja was Praktisches für euch. Also Adobe fürs iPad, gerade Microsoft Office eben nicht. Ist ja schon ganz interessant und witzig. Nächstes Thema. Ja, nicht so witzig ist, dass der Mobile World Congress ja abgesagt wurde aufgrund des Coronavirus. Der Poughkeepsie und ich haben das ja damals in der News-Folge sogar noch gesagt. Das ist nicht möglich, das machen die nie. Aber dann ist es ja so passiert. Ja, und jetzt stellt sich die Frage für viele Hersteller. Wie stellen wir jetzt unsere neuen Produkte vor? Huawei hat dann einfach gesagt, ja, wir machen jetzt ein Event. Und zwar am 24. Februar, sprich am nächsten Montag. Und dort werden wir was vorstellen. Keiner weiß so genau was. Es wird wohl ein paar Hardware-Neuigkeiten geben. Sehr wahrscheinlich auch was Faltbares. Das muss man ja heutzutage praktisch haben. Und wahrscheinlich geht es auch um die Dienste von Huawei. Huawei, also die eigenen Dienste. Denn Google ist ja nicht mehr erlaubt auf den Huawei-Geräten. Von daher versprechen wir uns da ein paar Informationen zu. Was wir aber nicht erwarten, ist das neue P40 Pro. Denn da gehen die meisten immer noch davon aus, dass das im März separat vorgestellt wird. Und nächste Woche wird euch der Poughkeepsie bestimmt. Im Daily, dann am Dienstag logischerweise. Etwas dazu erzählen, denke ich. TikTok. Ja, die sind ja öfters mal in den Schlagzeilen. Selten in letzter Zeit für was Gutes. Es geht ja da immer darum, was passiert da wirklich. Und ja, eine App aus China. Da haben viele Bedenken. Jetzt aber wirklich mal eine gute Nachricht. Denn TikTok führt Kontrollmechanismen für Eltern ein. Einen sogenannten Family Safety Mode. Der ermöglicht es Eltern dann, die Bildschirmzeit von ihren Kindern zu kontrollieren, die Direct Messages zu limitieren in der Anzahl und auch generell einen Restricted Mode zu aktivieren, damit Inhalte nicht angezeigt werden, die eventuell für Kinder nicht gut sind. Diese ganzen Funktionen gab es teilweise auch schon. Aber man musste sie selber aktivieren, was natürlich dann ein bisschen witzlos ist. Jetzt ist es so, dass man sich als Elternteil einen entsprechenden Account auf TikTok einrichten muss. Und dann kann man den mit dem Kinderaccount verlinken. Und dann kontrolliert man mit seinem Account praktisch diese Einstellung für den Kinderaccount. Finde ich eine gute Sache. Startet wohl jetzt zuerst in der UK, also Großbritannien, Großbritannien und wird dann weiter auf die anderen Länder ausgerollt. Und ja, also wenn TikTok da ein Thema ist für euch, schaut mal rein, wenn ihr das bekommt und nutzt es dann auch entsprechend. Und letztes Thema für heute, ein sehr interessantes Thema. Staples. Staples kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist der Riesen Büromarkt, wo man alles rund ums Büro bekommt. Und ja, da wird natürlich viel im Internet bestellt und die Leute kommen nicht mehr in die Läden. Deswegen haben die schon diverse Versuche gemacht, um wieder ein bisschen Traffic in die lokalen Läden zu bekommen. Die haben ja zum Beispiel auch immer eine riesen Kopierdruckstation, wo man Sachen drucken und kopieren kann und scannen und was der Teufel was. Und jetzt richten sie in sechs Staples Stores in Boston jeweils ein Podcast Studio ein. Ja, Podcast, ein Riesenthema. Da haben die sich gedacht, ja, da bieten wir einfach mal ein Studio und Möglichkeit für ganz normale Leute, die eben kein Equipment haben, sich da nicht so richtig gut auskennen. Die können da einen Podcast produzieren. Und zwar eine Session von 60 Minuten im Studio. Das kostet 60 Dollar. Das finde ich durchaus okay und bezahlbar. Dafür bekommt man wirklich gutes Equipment von Rode und von Schuhe. und es gibt auch Spezialisten vor Ort, die einem helfen mit der Technik. Und da kann man einfach da reingehen und produzieren. Finde ich gut. Würde ich mir im Prinzip auch hier in Deutschland wünschen. Ob man das wirklich in jeder Stadt braucht oder ob das dann Sinn macht, ist mal eine andere Sache. Sechs Läden in Boston sind schon eine Ansage. Ich meine, Boston ist jetzt auch nicht New York oder L.A. Aber man kann es mal probieren und schauen wir mal, ob daraus was wird. Ja, und das war es dann auch schon für heute für den Donnerstag. Ich wünsche euch einen guten Tag. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen zum Ende der Woche noch einmal hier, bevor der Martin dann entsprechend ab nächste Woche übernimmt. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.